Ich will Konferenzen planen für mein Team. Mein Team ist dieses Test-Team und ich klicke da auf die Kamera, auf das Kamerasymbol und dann mache ich eben eine Besprechung planen, weil ich mich jetzt besprechen möchte und gebe den Titel ein und was sich wirklich lohnt, statt wiederholt sich nicht, kann ich hier draufklicken und so eine wöchentliche Wiederholung einbauen und dann senden und speichern. Und was aber noch wichtig ist, die Einstellungen zu bearbeiten. Da muss ich aber erst das Ding speichern und kann danach erst die Einstellungen nochmal bearbeiten. Wenn ich hier das sehe, die Besprechung, die heißt Mathematik, kann ich auf die drei Punkte gehen, Besprechungsdetails anzeigen oder ich gehe hier später dann auf den Kalender. Also wenn ich jetzt hier im Kalender bin, ist hier diese wöchentliche Besprechung, da klicke ich drauf und dann gibt es auch, also die drei Punkte, wieder Besprechungsoptionen. Und da, das ist jetzt hier wichtig, mich selber nervt es, wenn ich die Schüler aus diesem Wartebereich, wenn ich da mal klicken muss, um hier reinzulassen und dann kann ich hier klicken, dass die Schüler meiner Klasse selber aus dem Wartebereich rauskommen. Aber das lasse ich immer, also nur ich darf präsentieren, wenn ein Schüler ein Referat halten soll, dann muss ich das ändern. Entweder doch der ganzen Klasse freigeben oder hier für den einzelnen Schüler freigeben.